Was ist ein Airdrop? Hey und herzlich willkommen bei der Krypto-Eule. Was ist eigentlich ein Airdrop? Ein Airdrop ist ja letztendlich etwas, was aus der Luft abgeworfen wird. Also im Prinzip etwas, wo man einfach Token aus dem Nichts bekommt. Man muss aber bei einem Airdrop bei verschiedenen Sachen unterscheiden. Und zwar, das Thema Steuern spielt hier eine Rolle. Nehmen wir mal ein Beispiel und zwar damals Uniswap. Wer den Service, also Dezentrale Exchange, also kurz Dex, genutzt hat von Uniswap, der hat nach einem gewissen Zeitpunkt, und das waren damals noch nicht so viele, einen Airdrop einfach so bekommen, weil man das mal genutzt hat. Das heißt, ich habe den Service genutzt und habe dafür später etwas bekommen, ohne dass ich aber vorher wusste, wenn ich das nutze, bekomme ich einen Airdrop. So als Beispiel. Dieser Airdrop war zum Schluss sehr viel Geld wert. Ich glaube, in der Spitze sogar 18.000 Dollar. Wenn nicht sogar noch höher, kann mich dafür tun. Und dieser Airdrop, muss man auch ganz klar sagen, ist steuerfrei. Weil ich habe dafür nichts getan, zumindest nichts Bewusstes. Und das kann ich auch bei der Steuer so angeben und das kann man auch nachvollziehen. Dann gibt es auch Airdrops, wo man sich zum Beispiel mit einem Google-Dokument anmelden muss. Wallet-Adresse, Twitter-Handle, Telegram-Handle, was weiß ich. Und das ist ein Airdrop, wofür man etwas getan hat und das ganz bewusst. Und das wäre zum Beispiel ein Airdrop, den ich dann auch steuerlich geltend machen muss und darauf Steuern zahlen muss, wenn ich den unter einem Jahr verkaufe. Das mal so als Beispiel. Und das sind Sachen, die wissen die wenigsten und da gibt es dann oft Fragen. Also ihr wisst, ich bin kein Steuerberater. Bitte gern nochmal da an dieser Stelle informieren. Aber das ist mein Wissensstand um das ganze Thema und vielen ist das nicht bewusst. Und das sollte man, glaube ich, und deswegen auch hier dieses Erklärungsvideo, deswegen habe ich das mit reingepackt, mit Absicht, dass man das schön erklärt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Also ein Airdrop kann etwas sein, indem ich etwas einfach nutze und später dafür eine Belohnung bekomme, weil ich ein Early-Nutzer bin oder etwas, wo ich ein Dokument ausfüllen muss mit Wallet-Adresse und so weiter und halte durch das Dokument dann etwas auf meine Wallet. Ein Airdrop ist etwas, was das Krypto-Unternehmen mit den Token zurückgehalten hat und dann als Airdrop ausschüttet, um auch natürlich Nutzer auf das Projekt aufmerksam zu machen. Als nämlich damals Uniswap diesen Airdrop rausgegeben hat und danach der Token zum Beispiel auf Börsen gelistet wurde, wie auch Binance und sogar Coinbase, danach hatte man natürlich viel Aufmerksamkeit, weil viele gesagt haben, hey, wenn es einen Airdrop gibt, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten, dann nutze ich das Ganze mal. Es gab aber danach nie wieder einen zweiten. Somit hatte man diesen Airdrop, also diese Token, die man eh aus dem Nichts erschaffen hat, die hat man an ihre Nutzer verschenkt, die haben damit sogar sehr viel Gewinn gemacht und man hatte direkt Aufmerksamkeit. Also ein Airdrop kann etwas sein, womit das Unternehmen zum Beispiel sehr gut Werbung machen kann. Viele schauen zum Beispiel sehr darauf, wo kann ich etwas Neues anwenden, wo kann ich einen Airdrop bekommen und so weiter, aber ein Airdrop ist natürlich nicht immer, wie in dem Fall von Uniswap, mega viel wert, sondern manchmal sind es auch wirklich nur ein paar wenige Dollar, worauf dann sehr viele Leute geiern in diesem Sinne. Deswegen nicht immer heiß unbedingt auf Airdrop zu sein. Natürlich können da auch Diamanten dabei sein, dass man sagt, hey, ich bekomme jetzt ein paar Token und die sind vielleicht in einem halben Jahr jede Menge Geld wert, aber darauf würde ich nicht immer spekulieren, nicht zu heiß auf Airdrop zu sein und auch das Thema Steuer, was ich gerade angesprochen habe, im Hinterkopf behalten. Wenn ich etwas bewusst für einen Airdrop machen muss, um ihn zu erhalten, dann sind diese Token auch steuerpflichtig, zumindest in Deutschland. Das sollte man im Hinterkopf behalten. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.